Den Optimismus des Unternehmens siehst du daran, dass sie bis 2025 jetzt die Produktionskapazitäten nahezu verdreifachen wollen. Also sie hatten jetzt glaube ich 12.000 Units im Jahr als Produktionskapazitäten und bis 2025 wollen sie auf über 30.000 Units kommen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der heutigen Episode von Aktien mit Potenzial stellen wir SFC Energy vor. SFC ist ein mittelständisches Unternehmen, was Brennstoffzellen auf Methanol und Wasserstoffbasis herstellt. Mit Karl Otto Schill, dem Manager des Selection Value Partnership, habe ich mich darüber unterhalten, warum das Unternehmen seine Produktionskapazitäten um 300 Prozent erhöht hat, wie die Aussichten des Unternehmens in der Zukunft sind und warum es besser aufgestellt ist als seine unmittelbaren Wettbewerber. Viel Spaß bei der Episode und wenn er es mögt, gebt uns eine positive Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Dieser Podcast wurde aufgenommen am 10. September 2024. Hallo Karl Otto, schön, dass du wieder bei einem Podcast bist. Ja, hallo Rainer, vielen Dank für die Einladung. Karl Otto, du warst ja schon einige Male bei uns und für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, möchte ich die Folge von Februar 2021 nochmal anpreisen. Da hast du dein Fondkonzept auch vorgestellt. Aber vielleicht kannst du mal ein paar Worten zusammenfassen, wer du bist und was du machst. Ja Rainer, ich sehe mich selber als Unternehmer aus Überzeugung und Leidenschaft. Ich habe auch nach dem Studium und Promotion der Betriebswirtschaft in Mannheim, also ganz klassisch, war ich dann einige Jahre in der Großchemie und das war für mich eine sehr spannende Lernphase. Und dann kam der nächste große Schritt, nämlich der Eintritt in unser Familienunternehmen, das schon seit fünf Generationen existierte. Da habe ich dann über 20 Jahre lang diese internationale Unternehmensgruppe geführt und wir haben die dann in einem klassischen M&E-Prozess an einen australischen Konzern verkauft. Allerdings habe ich schon seit dem Studium mich sehr stark für Private Equity und auch für den Aktienmarkt interessiert, habe auch schon vor Verkauf des Unternehmens eine eigene Beteiligungsholding gegründet und in dieser Beteiligungsholding eben dann auch ein Investmentkonzept entwickelt. Und dieses Investmentkonzept habe ich zusammen mit Stefan Müller, einem guten Freund von mir, der Vermögensverwalter ist dann 2015 in einen Fonds gepackt, in einen deutschen Investmentfonds, Aktienfonds und zwar den Selection Value Partnership Fonds. Und der hat eigentlich das Beteiligungskonzept unserer Beteiligungsholding übernommen und jetzt bieten wir das auch dann entsprechend seit 2015 externen Investoren an. Investieren tun wir da in europäische Small-Mid-Cap-Unternehmen. Da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus und muss auch sagen, trotz jetzt, wir haben ja seit Ende 2021 eine sehr schwache Entwicklung des Small-Mid-Cap-Segmentes. Trotzdem haben wir im Fünfjahreszeitraum immer noch einen Plus im Fonds von annähernd 50 Prozent, was dann auch zu einer Vier-Sterne-Bewertung bei Morningstar zurzeit führt. Wunderbar. Dann hast du uns heute ein sehr innovatives Unternehmen mitgebracht. Erzähl doch mal, was ziehst du denn heute aus dem Hut hervor? Ja, das Unternehmen heißt SFC Energy und ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen, die einmal für die stationäre, dann aber auch für die tragbare und mobile Energieversorgung genutzt werden kann. Das Unternehmen vertreibt die Produkte weltweit und hat inzwischen mehr als 65.000 Brennstoffzellen verkauft. Dazu muss man sagen, dass SFC das erste Unternehmen war, was überhaupt solche Lösungen mit Brennstoffzellen verkauft hat. Der Hauptsitz befindet sich in Brunntal bei München, wobei das Unternehmen heute auch internationale Niederlassungen hat in Indien, in Kanada, den Niederlanden, Rumänien und den USA. Das Geschäftsmodell basiert stark auf der Bereitstellung sauberer Energie, was natürlich heute in Zeiten der Energie- und Klimawende sehr relevant ist. Okay. Das Thema Brennstoffzelle ist ja da das zentrale Thema, warum sich das Geschäftsmodell des Unternehmens rankt. Was ist denn der Vorteil einer Brennstoffzelle? Also, Rainer, der Vorteil von einer Brennstoffzelle, das liegt erstmal in ihrer Effizienz und auch der Tatsache, dass sie umweltfreundlich Strom erzeugen kann, also keine großen Emissionen verursacht. Dann arbeitet sie auch dezentral und ist somit sehr flexibel einsetzbar. Zum Beispiel das letzte Festival von Wacken wurde der Strom gespeist von SFC Energy. Flexibel einsetzbar ist es aber auch in der Industrie, zum Beispiel bei Stromleitungen, bei Ölpipelines, wo dezentrale Messpunkte sind, in abgelegenen Regionen, wo eben keine entsprechenden Netzanschlüsse vorhanden sind. Und es gibt zwei Arten von Brennstoffzellen. Einmal die heute mehr benutzte Methanol-Brennstoffzelle und dann eben jetzt auch die Wasserstoff-Brennstoffzelle. Beide Techniken beherrscht SFC. Und was hat man denn da früher benutzt? Also mit was muss man das vergleichen? War das eher Dieselgeneratoren oder ist das noch was anderes? Ja, das waren schon Dieselgeneratoren, Notstromaggregate etc., die dann eingesetzt wurden. Und das ist auch der Hauptpunkt, wo heute SFC Energy wächst, weil es eben diese Dieselgeneratoren verdrängt. Und da Dieselgeneratoren ja schon sehr lange auf dem Markt sind, sind die wahrscheinlich vom Preispunkt her ein bisschen niedriger. Was würdest du sagen, was ist denn so der Vorteil, wenn man sich in Wacken eine Brennstoffzelle hinsetzt? Ist es umweltfreundlicher? Ist es langlebiger? Was kann sozusagen den niedrigen Preispunkt wettmachen von einem Dieselgenerator? Ja, das Interessante ist einmal doch, dass die Brennstoffzelle sehr autonom betrieben werden kann. Also auch ohne große Wartung. Aber ich glaube mal heute, der Hauptpunkt ist wirklich der, und da geht es nicht so sehr um die Kosten, sondern es geht eben darum, dass ein Festival in Wacken oder auch ein Industrieunternehmen doch eine sehr günstige CO2-Bilanz aufweisen möchte. Und das eben ein Weg ist, relativ günstig, das zu erreichen. Okay, das hört sich logisch an. Dann sag doch mal ein bisschen noch was zu den Geschäftsbereichen beziehungsweise zu den Anwendungen von SFC. Ja, also SFC hat zwei Geschäftsbereiche. Einmal das, worüber wir gerade geredet haben, was auch sicherlich der größere Wachstumsmarkt ist, ist der Bereich eben Clean Energy. Da geht es eben, wie gesagt, um die Brennstoffzellenlösung für eine netzunabhängige Energieversorgung. Und das ist, wie gesagt, überall. Das findest du sehr stark in der Industrie. Du findest es aber auch im Sicherheits- und Verteidigungsbereich, aber auch im Freizeitmarkt. Wenn du jetzt an Campen denkst, an Wohnmobile und so weiter, auch dort findest du heute Brennstoffzellen von SFC. Und der zweite Bereich ist das Clean Power Management. Hier büttelt das Unternehmen zum Beispiel Spannungswandler und Spulen, die hauptsächlich in Hightech-Geräten verwendet werden. Und in beiden Bereichen zusammen erlaubt es eben, ein SFC in sehr verschiedenen Märkten aktiv zu sein, was auch das Geschäftsmodell diversifiziert und auch stabiler macht. Welcher der beiden Märkte ist dann der größere für Sie? Die Brennstoffzelle oder das zweite? Ja, das Clean Power Management ist das Größere, ja. Okay. Und die haben ja auch eine eigene Marke. Als sie damals auf den Markt gekommen sind, haben sie eine eigene Marke kreiert. Wenn ich das richtig gesehen habe, heißt es Efeu. Das fand ich ganz interessant. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Wann war das? Gleich am Anfang. Das heißt Energy for You. Achso, okay. War mir jetzt nicht bewusst. Vielen Dank für den Hinweis. Falls der eine oder andere Zuhörer das irgendwann mal sieht, das sind dann sozusagen die Brennstoffzellen von SFC. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Markt und vor allem über die Wettbewerbssituation. Ja, also Rainer, der globale Brennstoffzellenmarkt ist noch relativ klein, wobei er hat auch schon im Jahr 2023 6,7 Milliarden Euro Umsatz gehabt. Aber was eben sehr spannend ist, es gibt da verschiedene Marktforschungsuntersuchungen und Studien, dass alleine bis 2030 ein jährliches Wachstum von annähernd 30 Prozent in diesem Markt gesehen wird. Und auch danach wird ein sehr hohes Wachstum prognostiziert. Und da ist auch besonders diese dezentralen stationären Anwendungen spielen bei diesem Wachstum eine große Rolle. SFC fokussiert sich ja gerade auf diese dezentralen Anlagen. Und wie du vorhin schon richtig gesagt hast, der Hauptwettbewerb ist eigentlich heute noch der klassische Dieselmotor, die Notstromaggregate, weil die natürlich erst mal vorhanden sind und vielleicht auch noch günstiger sind. Aber wie gesagt, es gibt da genügend Argumente, jetzt eben die Brennstoffzelle einzusetzen. Im Bereich der Brennstoffzelle, und das ist natürlich bei so einem jungen Markt der Fall, ist der Wettbewerb recht vielfältig. Es gibt einmal schon auch etablierte Anbieter wie SFC Energy. Das ist zum Beispiel Bloom Energy aus USA oder auch Doosan Fool aus Südkorea. Allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und daneben hast du eine ganze Reihe von Startups, die versuchen, in diesem Brennstoffzellenmarkt Fuß zu fassen. Allerdings muss man sagen, die meisten dieser Unternehmen, auch die großen, die ich gerade genannt hatte, sind noch nicht profitabel. Und es gibt da also durchaus die Meinung in dem Markt, dass da doch in den nächsten Jahren dann sehr starker Selektionsprozess stattfindet und eine starke Marktkonsolidierung kommen wird. Weil eben viele der Kleinen kaum Umsätze machen, hohe Verluste schreiben, schlecht ausgestattet sind mit Kapital. Und warum ist es bei SFC Energy anders? Also was machen die anders als ihre Wettbewerber? Weil die sind ja zumindest von den ökonomischen Zahlen her deutlich erfolgreicher. Ja gut, zum einen muss man sehen, SFC ist eigentlich mit das älteste Unternehmen. Es wurde 2000 gegründet, ist schon seit 2007 entsprechend Börsen notiert und hat auch in den letzten Jahren ein sehr solides Wachstum bei recht gutem Cashflow verzeichnen können. Es ist auch seit 2022 jetzt profitabel. Und meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, wir haben das ja uns genau angeschaut, war das Jahr 2022 für das Unternehmen wirklich so ein Tipping Point, hin zu einem deutlich stärkeren und auch profitablen Wachstum. Was ist der Vorteil zum Beispiel gegenüber Wettbewerbern, was du gerade gefragt hast? Die haben einmal im Methanol-Bereich diese Direktmethode, um das Methanol direkt in die Brennstoffzelle einzuspeisen. Und dann hat das Unternehmen eine sehr starke Position, weil es technologisch sehr weit ist, auch mit Patenten abgesichert ist und auch eine relativ solide Vertriebsstruktur hat. Du siehst es allein, den Optimismus des Unternehmens siehst du daran, dass sie bis 2025 jetzt die Produktionskapazitäten nahezu verdreifachen wollen. Also sie hatten jetzt glaube ich 12.000 Units im Jahr als Produktionskapazitäten und bis 2025 wollen sie auf über 30.000 Units kommen und meinen auch, dass sie das brauchen, weil sie so viel Nachfrage haben für ihre entsprechenden Brennstoffzellen. Und das bringt natürlich auch eine Skalierung des Geschäftsmodells mit einem noch höheren Cashflow dann. Sie möchten das Wachstum auch noch unterstützen. Das darf ich nochmal kurz ergänzen durch eine weitere regionale Expansion und aber auch, Sie können sich vorstellen, in diesem Markt auch noch durch anorganisches Wachstum noch den einen oder anderen Start-up vielleicht zu übernehmen, was dann in Schwierigkeiten kommt. Das heißt, die sind schon weltweit unterwegs oder wie sieht das aus? Die haben Schwerpunkte weltweit. Also weltweit sind sie nicht unterwegs, aber sie haben Schwerpunkte. Ich habe es ja vorhin schon allein von den Tochterfirmen genannt. Die sind also in Indien zum Beispiel jetzt seit kurzem auch unterwegs. Sie sind in den USA, also Nordamerika unterwegs. Sie sind in Europa unterwegs. Aber es gibt natürlich auch noch weiße Flecken. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt, ich glaube China ist bei denen nicht auf der Agenda zum Beispiel, soweit ich das weiß. Ja, und wenn du sagst, die wollen die Produktionskapazitäten so stark erweitern, was heißt denn das dann im Endeffekt für die Wachstumsaussichten des Unternehmens? Für die Wachstumsaussichten ist so, dass das Unternehmen ja von 22 bis heute, also in den letzten zwei Jahren schon, ihre Kapazität, also ihren Umsatz auf rund 120 Millionen Euro verdoppelt hat. Und sie möchten da mittelfristig doch in die Größenordnung von 500 Millionen Euro kommen. Und haben sie dafür einen Zeitraum genannt, was bei denen mittelfristig heißt? Also so ganz genau nicht. Aber ich hatte es so verstanden, dass sie sagen, das können sie mit ihren neuen Kapazitäten machen. Und das wäre dann, soweit ich das weiß, glaube ich Jahre 2026 oder so, also schon relativ nah. Das ist gar nicht so weit weg. 2027, ja. Ja, und ich kann mir vorstellen, du sagtest ja schon, das Unternehmen ist profitabel, dass über die erhöhten Umsätze natürlich auch ein Operating Leverage reinkommt. Also sprich mal mit mehr Geld verdienen. Was denkst du denn, was sind denn da so für Margen möglich in dem Geschäft? Margen, das ist natürlich ein bisschen die Frage, wie viel investiert wird dann auch, was dann letztlich an Marge übrig bleibt. Aber ich kann mir schon eine zweistellige Ebit-Marge dort vorstellen. Du hast ja heute schon einen sehr großen freien Cashflow, der mehr als ausreicht, um die Investitionen, die wir gerade eben angesprochen haben, zu finanzieren. Also wird schon möglich sein, eine zweistellige Ebit-Marge zu erreichen. Das ist ja schon mal super. Das zeichnet ja die guten Unternehmen eigentlich aus, dass sie eine ausreichende Marge haben, um auch gegen konjunkturelle Veränderungen abgefedert zu sein. Und die sollte dann schon wirklich zweistellig sein. Von der Marktstellung her, würdest du sagen, es gibt schon, ist SFC Energy so eine Art Weltmarktführer oder gibt es das noch gar nicht in dem Bereich? Kommt das erst noch? Wie würdest du das sehen? Also ich würde schon in diesen Bereichen, in den Teilbereichen, wo sie tätig sind, gerade in diesen dezentralen stationären Anlagen, die irgendwo weit weg von der Energieversorgung sind, kann man die sicherlich heute als Weltmarktführer ansehen. Es gibt also andere, wie zum Beispiel Bloom Energy, die dann doch zum Beispiel Brennstoffzellen, also Notstromaggregate anbieten für Rechenzentren und so weiter. Da sind die, glaube ich, stärker zum Beispiel. Beispiel als SFC. Also ich würde in ihrem Bereich, und ich hatte mich da mit dem CEO auch länger unterhalten, in den letzten Jahren haben sie sich genau ihre Bereiche ausgesucht, wo sie meinen, dass sie die besten Wettbewerbsvorteile haben. Und dort haben sie ihre Marktstellung auch sehr gut ausgebaut. Dann sagtest du ja, das Unternehmen möchte stark wachsen. Du hast ja auch schon gesagt, dass sie inzwischen einen ausreichenden Cashflow haben, um das abzudecken. Aber die Wachstumsschübe sind ja enorm und man braucht sicherlich viel Working Capital auch dafür, was man finanzieren muss. Wie sieht die Bilanz des Unternehmens aus? Und was denkst du, was auf der Finanzierungsseite passiert wird? Würde man das eher mit Eigenkapital oder eher mit freien Kapital machen? Ja gut, du musst sehen, das SFC hat eine sehr solide Bilanz und hat heute, trotz auch der Investitionen und auch der vielen Zukunftsinvestitionen, eine hohe Eigenkapitalquote von über 70 Prozent, was ja schon mal außergewöhnlich ist. Und das ist auch in der Branche, soweit ich das gesehen habe, doch einzigartig. Dann haben sie heute zum Beispiel zum 30. Juni hatten sie noch einen jetzt netto Kassenbestand. Also wenn du die Kasse minus Schulden nimmst von 66 Millionen Euro und das trotz dieser ganzen laufenden Investitionen, die gestiegen sind in den letzten zwei Jahren, zeigt das, dass doch der Cashflow mehr als ausgereicht hat, um dieses Wachstum zu finanzieren. Also ich meine eigentlich schon, dass gerade wenn jetzt doch die Skalierung auch in 2025, 2026 weitergeht, das Unternehmen ausreichend Cashflow hat, um zu wachsen, um auch Working Capital zu finanzieren. Man muss auch sehen, dass doch sehr viele Komponenten zugekauft werden und dass eher nur die Endmontage und auch die Brennstoffstelle produzieren sie jetzt auch selber in England, dass nur die vom Unternehmen dann selber produziert wird. Das heißt also, da hängt es auch ein bisschen damit zusammen, welche Finanzierungskonditionen das Unternehmen mit den Vorlieferanten aushandeln kann. Und also ich sehe da keine Notwendigkeit zum Beispiel jetzt eine Kapitalerhöhung zu machen. Und du sagtest ja auch, dass das Unternehmen, wenn es Übernahmen macht, dann eher so kleinere Sachen, wo sie ihr Technologieportfolio ergänzen. Also auch von da ist jetzt nicht zwingend zu erwarten, dass man da eine größere Übernahme sieht und daraus eine Kapitalerhöhung erwachsen kann. Ich glaube auch nur, da geht es mehr darum, dass man vielleicht geografisch sich verstärkt mit einer Produktion noch in Nordamerika oder mit irgendeiner Brennstoffzellentechnologie, die vielleicht noch für gewisse Anwendungen attraktiv ist oder sowas. Das werden eher meiner Meinung nach kleine Akquisitionen sein. Okay. Kannst du uns noch ein bisschen was zum Management und zur Aktionärstruktur sagen? Ja, es ist ein sehr erfahrenes Management, was sehr lange im Unternehmen ist. Treibende Kraft ist der CEO, das ist der Herr Dr. Peter Podesser. Und der CFO, der Daniel Saxena, ist auch schon eine Weile dabei. Zusammen halten sie etwa ein Prozent der Aktien. Also schon etwas, aber jetzt sind nicht mehr so dominant als Aktionäre. Daneben gibt es eine Reihe von institutionellen Investorenfonds. Es gibt aber auch keinen großen Ankeraktionär. Deswegen ist bei uns auch ein Szenario, was wir bei SFC durchaus haben, ist, dass mal das Unternehmen in den Fokus von Private Equity oder von irgendeinem großen Strategen kommt in den nächsten Jahren, der das so spannend findet und eben in sein Portfolio mit integrieren möchte. Also SFC ist durchaus für uns auch ein Übernahmekandidat. Und es ist auch spannend für Industrieunternehmen, also die typischen Dieselgeneratorenhersteller, die es heute schon gibt. Wäre für die vielleicht nicht schlecht oder für einen großen Energieanbieter Siemens Energy oder keine Ahnung, wer da sich in den Bereichen auf einmal tummeln will, weil die Brennstoffzellengeschäft ist doch ein Zukunftsgeschäft. Und gut, es gibt natürlich diesen anderen Brennstoffzellenmarkt, der mehr in den Automobilen ist. Das hat ja jetzt auch gerade BMW angekündigt, dass sie dort also stark ihre Kompetenz ausbauen wollen und auch noch eine Alternative anbieten wollen zu Elektromobilität, also zu Elektromotoren. Aber in diesem Markt außerhalb des Automobilmarktes ist SFC sicherlich mit die attraktivste Übernahme, die man sich vorstellen kann. Okay, das hört sich schon mal gut an. Aber wir wollen ja als Investoren immer einen weiten Weg mitnehmen und nicht die Hälfte des Weges an andere Investoren abgeben. Was würdest du denn sagen, was sind denn aus deiner Sicht die Risiken im Geschäftsmodell? Welche hast du identifiziert? Also ich sehe eigentlich heute hauptsächlich ein Risiko. Und das ist, und habe ich auch schon bei vielen Unternehmen im Positiven wie im Negativen erlebt, hatte ich selber auch in meiner Unternehmensgruppe, als wir dann stark gewachsen sind. Und zwar ist der Übergang von einem jungen oder einem kleinen Unternehmen hin zu einem international agierenden Konzern. Das bedeutet ja, dass du dort ganz andere Strukturen hast, ganz andere Prozesse. Du brauchst anderes Personal. Du musst deine Unternehmenskultur entsprechend weiterentwickeln, um also auch mitzuwachsen. Und die Gefahr bei diesen Prozessen in Unternehmen ist dann sehr oft, dass das Management nicht in der Lage ist oder vielleicht das auch nicht erkennt, dass sie diese ganzen Dinge vordringlich machen müssen. Und das war jetzt auch gerade, als ich jetzt mit dem CEO ein Gespräch zuletzt hatte in Hamburg bei einer entsprechenden Kapitalmarktkonferenz, war das eigentlich auch der Schwerpunkt meines Gesprächs mit ihm, wo ich ihn gefragt habe, welche Maßnahmen sie getroffen haben, um eben dieses enorme Wachstum, was gerade stattfindet, zu bewältigen. Und ich hatte eigentlich den Eindruck da, dass sie sich dieser Herausforderung wirklich bewusst ist und auch sehr viel der Management Attention auf diesen Bereich legt. Und ich glaube schon, dass sie dort in der Lage sind, das erfolgreich zu steuern. Aber wie gesagt, das ist immer für jedes Unternehmen eine enorme Herausforderung. Ansonsten andere Risiken sind natürlich da, dass sich die Technologie vielleicht ändert, dass ein anderer Wettbewerber auf einmal eine sehr attraktive Technologie entwickelt. Aber das sehe ich eigentlich heute weniger. Die Marktstellung ist doch sehr gut und auch die Vertriebsstrukturen stimmen. Also das sehe ich jetzt kurzfristig eigentlich weniger als ein Problem, sondern das Hauptproblem wird wirklich sein, wie das Unternehmen die Transformation hin zu einem internationalen Konzern in den nächsten Jahren hinbekommt. Und wenn du dir Quartalszahlen anschaust, wie schaust du denn drauf? Schaust du dann, was dieses Risiko betrifft, auf die Kosten, dass sie nicht überborden? Oder schaust du, keine Ahnung, ob das Unternehmen zum Beispiel eine Book-to-Bill-Ratio veröffentlicht, also was sie sozusagen an Orders haben und was sie dagegen an Rechnung ausstellen können, weil sie die Orders auch beliefern? Was sind so für dich die Kennzahlen, an denen du das festmachst, ob das gut läuft oder nicht? Ja gut, das sind einmal natürlich die quantitativen Zahlen, die du gerade genannt hast, die durchaus immer interessant sind. Das Unternehmen veröffentlicht den Auftragsbestand auch, aber es geht mir da auch sehr stark um die Dinge der qualitativen Umsetzung und auch dann Themen, wie man das Unternehmen wahrnimmt. Und das kommt dann erst im nächsten Moment, vielleicht dann erst später, kommt das dann überhaupt in den quantitativen Zahlen zum Tragen. Also ich habe da sehr viel, lege ich Wert auf das Management und wie sich das Management mit diesen Dingen auseinandersetzt. Deswegen war das für mich eben sehr wichtig, dass ich das jetzt auch gefragt habe. Also für dich zählt sozusagen der persönliche Kontakt dann auch und was das Management sozusagen vom Tagesgeschäft erzählt? Auf alle Fälle, weil gerade bei Small Mid Caps ist das Management noch entscheidender als bei Large Caps, wo eben vielleicht die Organisation noch breiter aufgestellt ist, wo dann schnell ein CEO auch ersetzt werden kann und so weiter. Das ist hier in solchen Unternehmen dann doch so, dass es wirklich von wenigen Schlüsselpersonen abhängt, ob der Erfolg da ist oder ob der Misserfolg dann kommt. Okay. Sag uns doch mal, wie das Unternehmen aktuell bewertet ist aus deiner Sicht und wie du es siehst, also was aus deiner Sicht eine faire Bewertung sein könnte. Also wir haben seit vielen Jahren auch schon bei uns in der Holding haben wir uns ein Investmentmodell ausgeschaut, was wir am interessantesten finden, auch am meisten Erfolg unserer Meinung bringt und zwar ist es ein bewährtes Schema der Columbia Business School. Wir fangen also an zunächst bei der Bilanz und gehen dann hin zu dem Wert der aktuellen Ertragskraft ohne Wachstum, um dann schließlich das zukünftige Wachstumspotenzial zu identifizieren. Warum machen wir das so? Wir wollen also von der sicheren Information und schrittweise vorarbeiten zur unsichereren Information und gerade das Wachstumspotenzial, wir haben ja gerade über die Möglichkeiten von Wachstum geredet bei SFC, ist natürlich besonders schwer einzuschätzen. Da hängt es eben sehr stark zusammen, welche Wettbewerbsvorteile hat das Unternehmen, wie kann es sich dann auch in so einem Markt, in den Nischen eben behaupten. Bei SFC muss man auch ganz klar sagen, es ist ein Unternehmen, also wenn ich mal das mit unseren Unternehmen im Portfolio sehe, da haben wir ein paar Unternehmen, wozu SFC auch gehört, wo der Wert des Unternehmens hauptsächlich im zukünftigen Wachstumspotenzial liegt, was natürlich in gewisser Weise vielleicht ein höheres Risiko in sich birgt, dass es dann nicht so eintritt, wie wir das erwarten. Deswegen legen wir da natürlich besonders starken Wert auf die Analyse des Marktes, auf eben diese Wachstumstreiber, auf die Wettbewerbsposition, was ich vorhin gesagt habe. Wir glauben eben schon, dass durch das starke Wachstum des stationären Brennstoffzellenmarktes, auch gerade des dezentralen stationären Brennstoffzellenmarktes und durch die Marktstellung SFC, da dieses Wachstum in den nächsten Jahren weiter stark fortsetzen kann. Das hatte ich auch vorhin ja in unserer Prognose der Umsätze für die nächsten Jahre zum Ausdruck gebracht. Auf Basis dieser Bewertung dann kommen wir aktuell auf ein Kursziel von 31 Euro. Das heißt, das wäre etwa eine Sicherheitsmarge von 55 Prozent. Das heißt also schon, dass wir heute noch ein hohes Potenzial, Kurspotenzial sehen bei SFC. Man muss auch sagen, der Kurs war ja auch schon mal höher gewesen, ist auch im Rahmen der Small-Cap-Schwäche ein Stück zurückgekommen und das bietet natürlich heute auch unserer Meinung nach einen sehr attraktiven Einstiegszeitpunkt. Glaubst du denn, dass SFC bei vielen Investoren auch so in diese Kategorie erneuerbare Energien und alternative Energiequellen eingeordnet wird, die ja auch aktuell sehr stark unter Druck ist? Sicherlich ist es so. Das ist auch, wenn du mit dem Unternehmen redest, dann haben die schon erwartet, dass die Brennstoffzellen für Wasserstoff schneller im Markt sich entwickeln oder angewandt werden. Aber das Gute bei SFC ist ja, dass sie auch im Methanol-Bereich eine sehr, sehr starke Pipeline haben und dass diese Anwendungen, wie gesagt, sehr stark wachsen. Das wird von vielleicht dann Investoren eben nicht so genau differenziert heute im Markt und man sieht nur, Wasserstoff verzögert sich. Also hat das Unternehmen in den nächsten, in kurzfristig keine großen Möglichkeiten, umzuwachsen. Und das ist natürlich eine Fehleinschätzung. Okay. Dann fass doch nochmal ganz kurz zusammen, warum du glaubst, dass SFC Energy ein ungewöhnlich gutes Unternehmen in deinem Portfolio ist? Ja, es passt eben sehr gut bei uns rein ins Portfolio. Wir haben alle unsere Unternehmen, wir haben zurzeit 26 Unternehmen, wir haben ein sehr konzentriertes Portfolio. Im Selection Value Partnership Fonds befinden sich in den Nischen der Megatrends. Das heißt, sie profitieren von dem strukturellen Wachstum dieser Märkte. Und im Fall von SFC ist es eben die nachhaltige Transformation der Wirtschaft hin zu einer grünen Wirtschaft. Selbst wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle aufgehalten wird, ist das schon so, dass das in den nächsten Jahren strukturell dieser Trend sich auf alle Fälle fortsetzt. Und wie wir gerade gesehen haben, bei den Brennstoffzellen ist das also ein Markt, der doch heute als sehr stark wachsend angesehen wird. Und das hat er ja auch in den letzten Jahren gezeigt, dass dieses Wachstum da ist. Und SFC kann eben mit der Methanol-Brennstoffzellentechnologie und natürlich dann später auch mit der entsprechenden Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie kann es eben genau diese dezentralen Anwendungen bedienen. Marktpotenzial ist enorm. Und wir glauben auch, dass das Unternehmen durch seine technologische Stärke, durch die Patente, auch das fähige Management entsprechend dann in den nächsten Jahren seine Marktstellung deutlich ausbauen kann und auch entsprechend dann den Marktwert steigern kann. Und bei uns im Portfolio ist es immer besonders wichtig, das Unternehmen hat heute eine Marktkapitalisierung von etwas über 300 Millionen Euro. Wir sehen das öfters, wenn mal ein Unternehmen stärker wächst und dann über eine halbe Milliarde Marktkapitalisierung hat, dann kommen andere Investoren, dann kommen mehr internationale Investoren, die auf einmal auf das Unternehmen aufmerksam werden, die auch in größere Fonds oder bei größeren institutionellen Anlegern investieren können. Und dann werden solche Unternehmen dann oft auch eine höhere Bewertung zugebilligt. Das heißt, wir sehen also beide Faktoren. Einmal, dass das Unternehmen organisch weiter wächst, daher deswegen auch zweistellig seinen inneren Wert erhöhen kann pro Jahr. Und zum zweiten bekommt es dann vom Kapitalmarkt auch eine andere entsprechend Beachtung und eine höhere Bewertung. Karl Otto, dann sage ich ganz, ganz vielen Dank. Ich hoffe, meine Zuhörer werden viel lernen dabei. Ich habe es auf jeden Fall. Tolles Unternehmen. Schauen wir, wie der Weg weitergeht und weiterhin ganz viel Erfolg beim Selection Value Partnership. Ja, vielen Dank Rainer, auch dass ich die Möglichkeit hatte, das hier vorzustellen. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Dies ist eine Marketingbeteilung. Bitte beachtet die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss auf unserer Webseite www.lynxbroker.de lên für 17 Switchib emergenen Pues ist eine comesge, die vor overst Rusia mit einem Internetzen. Also, wir sehen uns auch in Zeit schaden. Bis zur nächsten Malาย, atau mal direkt, bitte boom. Bis zum nächsten Mal. γαbelebe. Passt die ganze Zeit nach,ным этому. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.